der der und der die sonne ist alle tüchern machen wir erstmal die alle missionen und dann machen sie in mordor breit und wir werden sie finden sie alle sie alle weil wenn man dann wieder die welt da komplett fertig haben können wir eigentlich ruhig wieder dann die ganzen missionen oder halt neemissionen hauptmissionen besser gesagt wieder alle machen müssen sowieso schauen dass wir stärker werden und noch mehr fähigkeiten erhalten und so alles dumm und dran also alles von etwas ein bisschen und wir leben ja auch noch also wir müssen unbedingt level auf 45 oder jedenfalls 35 sie ja schon längst drüber das ist das haben wir schon mal geschafft die 35 jetzt für nur noch die 45 dann können wir auch schon locker offentlicht dann das letzte gebiet weil wir haben ja noch zwei die größe sagt ok ja es hat mich recht das Feuer haben wir besser gesagt das Lava vermeiden die Lava um die sollten wir besser verarbeiten dass sie hier nicht schlecht Prozent definitiv schlecht und zu kürzten großen Jahrhundert gibt dann mit durch ich der kohle 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 kein Problem kein Problem aber gern bau vernichtet am rhein da haben wir es da haben wir es ein bisschen zeigt und zeigt immer ist schon so ein grossen arm ich hoffe du kannst während dessen weiter kämpfen das so dadurch das bereinigen jetzt geht es wird so zack 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 spiel den eltern der gekriegten spiel die nähe und die nicht in die Lauer nicht in die Lauer für spielte die spielte die Welt mit wirken wo war man hat sich in die Lauer und immer mal bis sie duschen ist um es wirklich ja muss mir nur sagt genau ob du auch noch so waren wir gut da und er war über die Gebäude zu überholen russ so perfekt nahe ich hier sagt sagt und nr ist schnell wie reinig für perfekt 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 so zack und wir sind hier oben und wir können schon wieder weiter bevor die die noch mehr machen ja ja die geht schon fast mehr was ist das geht schon über den meier da müssen wir unbedingt aufpassen so du wenn es geht genau zack zack und zack und alle vernichten weiß da ist so jetzt kann der große kommen jetzt kann ich kommen holisch 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 da ist um jetzt gehören kann man holisch holisch naja das war ich habe dafür geschaut dass sie nicht mehr gehen was geht sie sie gehen ach du scheiße ich trug sogar extra dreieck nur damit sie nicht aufgefressen werden aber hin und wieder funktioniert einfach wunderschön weil die tasten oh mein gott frag mich müssen wir jetzt die ganze mission und müssen nur den check point also vom zweiten jetzt ach du scheiße volles leben volles leben einfach so mal wieder volles leben ah ja na moin einfach so wieder volles leben oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott einfach volles leben oh mein gott uiuiuiuiui zack also zu sollten wir wieder aufpassen und natürlich wieder schauen damit man da die ganzen da wieder da oben machen ha spring da vom rauf und dir ich tue ich tue ich sind wieder genug da oben alles klar dann gehen wir mal kurz runter einmal und tschüss ok zu mir muss ich esse ich esse ich esse denk tag ein tag so da machen wir es ja immer so da ich bin das ist wie du Aiko so und auf auf spielte naja so können wir nicht super perfekt 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 so ein neues das ist nicht gut das ist nicht gut rote müssen schade ist mal erst mal die vierte fertig machen müssen es geht sie mehr perfekt so ganz kurz da warte da machen wir so perfekt und reinigung läuft und tschüss tja und wieder wiederfähigkeit ist immer wieder stufe höher oder was der schon wieder eine höhere stufe g 40 wird es dann sicher sehr sehr lange dauern das gefühl habe ich sie so stark wie die unsere mussten muss die muss ganz ganz stark heftig jetzt habe ich mir dachte wir haben da also es ist aber nur die was dann gezeigt wird alles klar dann einmal oder zweimal war